Herzlich Willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter und statt Traxxas geht die Hells gerade runter. Wir wollen mal versuchen, ob wir noch ein bisschen Loot abstorben können. Nein, rennen wir da mal hin. Wo geht das hin? Ich bin allerdings immer noch verletzt, sehe ich gerade. Das ist ja blöd. Nimm einen Heiltrank. Ersthilfe per Geber nicht. Nein, ich bin, ja, das müsste ich aber im Menü auswählen. Das kann man sich auch auf ein Schnellwahlmenü setzen, hallo? Kann man machen, habe ich aber nicht. Merke ich. Merke ich. Du lässt alle Leute jetzt da hinten stehen, kann das sein? Und ich habe die ganzen Spaß mit den Gegnern hier, die bringen mich gerade um. Oh, Hilfe, ich muss hier weg. Heldenhafte Begegnung. Ja, ich komme ja schon. Wo der Herr. Wo ist mein Hund, wenn man jemanden braucht? Wo ist mein Hund? Alter, warum holt ihn ja auch hier rum? Ist das nicht geholfen? Ja, ein Drache. Hilfe, wo kommt der denn her? Kann mir nicht mal jemand sagen, dass hier ein Drache rumsteht? Hey, ich komme hin. Begegnung, hab erfüllt. Yeah. Hab ihn. Wie ist das eigentlich? Kann der eigentlich mal was liegen lassen? Nee, ne? Er hat Dokumente des Kultes hier liegen. Zumindest liegen hier welche. Also nur bei dir. Ich habe bisher immer noch ein Dokument. Nee, der lässt nichts liegen sonst. Ein Dokument, ja. Heilung wäre auch gut. Ja, ich komme zu dir. Ich bin im Drachen. Ja, das sehe ich. Es ist schwer zu folgen. Heilung ist aus, gerade. Heilung ist aus. Ja, hier sind immer noch die Dudes, die vielleicht... Alter, der ist ja auch geil. Der, was, der? Also, ja, der sieht gut aus, ja. Der hat einmal zugehauen. Na gut, er ist Level 30, aber da war die platt. Danke. Aua. Die lassen bei mir nichts fallen. Also, ich habe hier auf dem Boden ein, zwei, drei Dokumente des Kultes liegen. So viel kann ich gar nicht aufheben. Also, ich brauche die auch nicht mehr, aber... Was soll ich denn? Überall, das hier auch, zwei Stück. Da, ein Uninfizierter ist es. Unglaublich. Ich muss das irgendwie nochmal auswählen oder so. Nee, das habe ich schon ausgewählt. Das geht gar nicht. Mehr auswählen geht gar nicht. Ist mein Inventory voll? Ist es auch nicht. Ich habe eins von fünf. Also, hier leuchten alles sonst nur so Gegenstände, die... Nur in deinem Spiel. Das ist natürlich schade. Also, ausnahmsweise habe ich hier mal questmäßig Lootglück, würde ich mal so sagen. Ich bin eingefroren und sterbe gerade. Wo bist du denn? Natürlich, ich hänge da mal noch hin. Bei den Typen finde ich sowieso nie was hier. Ey. Geh weg. Was ist der Unterschied zwischen Bedarf und Gier? Bei Gier wirst du bevorzugt beim Würfeln, glaube ich. Das wäre ja toll. Na, freuen wir danach? Die lassen nichts fallen. Die müssen wir weggelaufen sein. Ich stand hier so rum. Also, die so. Also, ich meine... Ich habe 50 Kobolde getötet. Ja, ich bin glückwünschlich für diese Heldentat. Ich versuche trotzdem mal hier in die Area reinzugehen, wo auch der Kreis dargestellt wird. Vielleicht habe ich dann mehr Glück... Aber ich laufe an so vielen... Wenn ich dir Dokumente geben könnte, ich würde es tun. ... Liegt das vielleicht da an, wer den letzten Schlag macht oder so. Aber das ist auch Quatsch, oder? Die habe ich auch umgebracht. Er war groß, ist aber tot. Ja. Groß tot würde ich behaupten. Liegen wir eine Kiste um? Hallo? Was ist das? Ein Schild? Ein Grimoire. Mal mein kleines Grimoire. Leute? Ich will euch nicht hier haben. Nein, noch eine Kiste. Ein unidentifizierter Gegenstand. Ach, Mann, ey. Gibt's doch nicht. Und die Snarksterin ist auch wieder auf der... Machst irgendwas anderes, ne? Was machst du? Ich habe hier Dokumente des Kultes liegen, das glaubst du nicht. Ja, dann ist es kaputt. Das kann nicht sein. Das kann nur kaputt sein. Das ist kaputt. Ja, das kann nur kaputt sein. Das kann nicht wahrsteigen. Echt nicht. Los, fall tot um. Danke Hund. Nix. 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 Auch nix. Auch nix. Auch nix. Auch nix. Ja, das ist toll. Oder auch nicht, also... Oh, die Gruppe hat mal nichts fallen gelassen. Erschreckend. Ja, das, äh... Wir kommen, glaub ich, hier sowieso tausendmal nochmal her, aber... Ne, wir wollen ja die Mission auch zurückgeben, oder? Grüezi. Heilung. Ja, geht grad nicht. Ja. Es ist alles leck hier. Alles weggefarmt. Voll gemein. Hast du mal einen Taschentuch? Ich würde dir gerne was abgeben, aber ich kann ja nicht. Warum ist eigentlich ein rotes Ding da oben dran, oder? Ich bin mal auf Tagebuch. Optionen. Na, weil es keinen Pfad hat, sondern nur eine Area. Das sind diese Area-Dinger. Ja, ja, stimmt. Ach, man kann ja jetzt schon die Belohnung einfordern für die heldenhafte Begegnung. Das mach ich mal. Äh, wie machst du das? Äh, die... Das Touchpad musst du drücken. Und dann? Nochmal drücken. Wie lange drücken, bis du dann oben auf den, auf den Milie-Punkt gelandert bist? Ah, jetzt, ja. Ja, 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 ja. Heldenhafte Belohnung. Drachenhortmünzen und drakonische Verzauberung. Wahnsinn, du alter Schwede. Drachenhortmünzen ist eine andere Währung, die man für irgendwas anderes halt benutzen kann. Ja, ja, wie immer. Es gibt ja tausende von Währungen hier. Ich könnte mich da auch nicht so wirklich zu Recht, muss ich gestehen. Entweder du kannst es kaufen oder nicht. Richtig. Dokumente des Kultes, Dokumente des Kultes und lass mich raten, Dokumente des Kultes. Ja, ich hab's verstanden. Das ist echt erschreckend. Also, ich find nur die Scheiße hier. Wahrscheinlich, weil ich's schon habe, bietet er mir das an, weil er mir nichts anderes geben will. So ist das. Ja, so. Ja, genau. Ja, hast du's bald? Ich brauch mal jemanden Unterstützung hier. Ich geh grad drauf. Ich hab ja schon irgendwie die Vermutung, dass ich mein Fernkampf nicht benutzen kann. oder so in den Dreck oder so. Hilfe! Ich war auf dem Weg zu dir, aber... Ja, bist gestorben. Er hat mir noch einen anderen angeboten hier. Ja. Also, hier kommt gar nichts mehr. Also, ich glaube mal, ich müsste aus dem Spiel rausgehen, wieder reingehen, dann kommst du auch ein bisschen ohne Ende. Dann lass uns mal zurückkehren. Schatzlase des Verlieben. Aha. Also, ganz abgeben oder was? Ja, ja. Du gibst ab und ich mach das ja mal später mal. Die nehm ich da. Die nehm ich da. Ein grausamer Ring. Die nehm ich nur mit. Und ein schützender Ring. Ähm. Aua. Ich bin gleich richtig tot. Heilung! 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 Herr Doktor. Hier ist ein tragbarer Altar. Ich mach mal einen tragbaren Altar auf. Warte mal. Das wollte ich auch schon länger mal machen. Wozu braucht man das? Wie mach ich den denn noch? Ja, das will ich ja gerade mal. Wo sind die denn? Stichwort Schnellwaltasten. Wenn ich ein tragbarer Altar war. Ach du. Ein tragbarer Altar. Pack ich. Da hab ich 99 Stück von. Da kann ich doch mal einen verwenden, oder? Ich glaube, es wird Zeit. Toll. So, nun. Was mach ich hier? Heilung! Und ich kann gleich einen wieder aufnehmen. Ich hab immer noch 99 Stück. Geil! Ich bin geheilt. Dankeschön. Kann ich mir auch nochmal... Ne, ich kann mich nicht segnen. Das kann ich nicht. Aber wir könnten nochmal eine Pause machen. Eine Pause machen? Ich dachte, du wolltest abgeben. Dann machen wir eine Pause. Dann gehen wir ab und dann machen wir eine Pause. Okay? Okay. Hoppe, hoppe. Und du weidest vor. Hast du ausgewählt eigentlich? Nein. Äh... Hab ich ausgewählt? Haben wir ausgewählt? Sind wir ausgewählt? Alter. Lässt auch alle für mich jetzt über, ne? Rennst durch die Massen, um sie dann auch zu aktivieren. Das ist aber super nett. Ich... Ähm... Allerdings hab ich keinen Questpfad. Ja, aber ich kenn den Weg. Ach was? Ja. Genau. Kann man auch irgendwie abkürzen, ne? Jupp. Huiiii. Oh, da hab ich Schaden genommen. Oh verdammt. Ja. Macht nix. Falsche Richtung. Aha. So. Und hier ist glaube ich auch der erste, den man besuchen kann. Hier gleich in die Ecke. Au! Die haben mich vom Pferd geholt. Ich muss die mal eben platt machen, die blöden Säcke. Blöden Säcke. Äh... Äh... Es sind auch alle, die ich getriggert habe gerade da, glaub ich. Hahaha. Das waren ganz, ganz viele. Hahaha. Das find's gut, ne? Massennetzeln. Hat sich ein bisschen gerecht, dass ich die alle getriggert habe, glaub ich. Hahaha. Sehr geil. Auf einmal hab ich da irgendwie gefühlte 100 Gegner. Sehr witzig. So, hier ist der erste. Er hier. Ja. Und? Und los. Habe ich euch gesagt, dass ich ein Genie bin? Nein, hat er nicht. Geschichte korrigieren abgeschlossen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Mit diesen Änderungen, ähm, ich meine Berichtigung, steht Fräulein Moninis Einstieg in die gehobene Gesellschaft ja nichts mehr im Wege. Ich werde ihr sofort berichten, dass die unangebrachten Gerüchte um ihre Geburt ein für allemal ein Ende haben werden. Ich glaube, wir haben Böses getan damit. Nein. Ich glaube schon. So, hier steht auch noch eine. Mhm. Das ist die Drachentante. Wir müssen die Geschehnisse in der Handwerkersruhe beenden. Und? Kick. Schadrax ist abgeschlossen. Arthrax bleibt hoffentlich am Boden. Ich konnte die Schlacht von hier aus hören und habe befürchtet, dass ihr es eventuell nicht zurückschafft. Ich hoffe, dass ihr für weitere Kämpfe dieser Art gewappnet seid. Solange wir den Kult bekämpfen, werden Drachen nicht weit sein. Ja. Hervorragend. Wow. Abrenzen. Und Level 29. So, und Kommunikation des Kultes hast du noch nicht, oder doch? Äh, nein, habe ich nicht. Die kannst du gerne abgeben, wenn du magst. Dann kann ich wenigstens ausbauen. Ja, gut. Dann gebe ich die jetzt ab. Interessant. Die neue Fraktion scheint zu beabsichtigen, ein neues Drachenimperium mit lebenden Drachen und nicht Drachenlitschs zu errichten. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie sie es schaffen, die Drachen dazu zu bringen, mit ihnen zu kooperieren. Oder wie die Kultisten beabsichtigen, die Kontrolle über das Imperium zu behalten, nachdem sie es errichtet haben. Die neue Fraktion sucht nach dem Grab von Bayless Missander. Also, ich entdecke zum ersten Mal, dass es Tippfehler in den geschriebenen Texten gibt. Fippfehler? Ja, weil hier wird immer von Faktion gesprochen. Also, die neue Faktion statt Fraktion. Ah, okay. Ähm, ne, die neue Fraktion und sie hat auch anders gesprochen, als der Text hier steht. Sie sagte, die Kontrolle über das Imperium zu behalten. Und im Text steht, die Kontrolle über das Reich zu behalten. Okay. Aber nur Kleinigkeiten. Sollen wir das anmerken? Ich habe zwei neue Missionen bei ihr, die ich jetzt holen kann, nachdem ich das abgegeben habe. Oh ja, das ist aber schön. Ich kann davon nichts kriegen. Richtig. Dann warte ich noch mit dem Abholen, dann warten wir bis du das abgeben kannst. Ja, das wäre eigentlich praktisch. Und dann lohnen wir das ab. Ja, ja, ja. So. Habe ich gestoppt. Okay. Und Seelenlenker. Seelenlenker-Mokel. Idiot. Äh, wo ist er? Der Seelenlenker-Idiot. Der war der. Der Priester, der oben rum geistert, der oben. Der alte Sack. Der Jammer-Sack. The old sick, sozusagen. The old fucking sick, genau. Ja, der ist es. Und? Drücken? Ja. Callum War wacht über euch. Das ist schön. Der verlorenen Signal abgeschlossen. Gnolle, sagt ihr. Die Tajaner haben sich nie darum geschert, mit wem sie ein Bündnis eingehen. Ich bin mir sicher, die Gnolle sind einfach als überflüssige Einheit hier. Äh, okay. Danke, dass ihr Seelenlenker Severin gerettet habt. Ich kann nur zu Killen vorbeten, dass er die anderen beschützt, bis wir herausfinden, wohin sie gebracht wurden. Und? Abgeschlossen. Die Untoten und die Sterbenden habe ich hier jetzt. Zick. Du auch? Okay. Ich glaube, die roten Magier locken absichtlich Priester von dem Wort zum Almosenfeld, um sie für Rituale zu fangen. Almosen. Wegen unserer besonderen Verbindung zu den Toten verstärkt die Opferung eines einzelnen von uns bereits ihr Ritual um ein Vielfaches. Das Tagebuch, das ihr gefunden habt, gehört Seelenlenkerin Orn. Wenn sie richtig liegt, werden meine verbliebenen Kameraden zum Soldatendenkmal gebracht. Ihnen und der Sicherheit Neverwinters zuliebe müssen wir sie retten. Machen wir. Okay. Kriegsheim kann ich kriegen. Ich kann eine Schnittermaskehaube, keine Ahnung. Und hier machen wir eine Pause. Eine hart verdiente Pause. Alles klar. Okay, bis zum nächsten Mal. Das war Neverwinter. Tschüss. Tschüss.